Musik Ich wünsche mir das nicht für die Zukunft, sondern ab heute schon und überhaupt, dass der Journalismus oder die Redaktion sich nicht so treiben lassen vom Zeitgeschehen und auch gegenseitig die Konkurrenz sozusagen als Bezugspunkt nehmen, sondern Themen selber setzen. Für die Zukunft im Journalismus in Deutschland wünsche ich mir, dass es im Radio und im Fernsehen mehr Akzente zu hören sind, dass diese Vielfalt, die die deutsche Gesellschaft hat, sich auch in Medien widerspiegelt. Das sollte aufhören, die Dämonisierung von ganz vielen Menschengruppen, also Ramya, Muslime, Schwarze Menschen, POC, also alle diese diskriminierten Menschen. Ich finde, Journalismus braucht Haltung, Überzeugung und ich finde, in der Zukunft sollten wir uns nicht von irgendwelchen Rändern die Themen diktieren lassen, sondern selbstbewusst entscheiden, was wichtig ist und worauf es ankommt und das dann auch so vertreten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.